Du hast ein Startup, betreibst ein kleines oder mittelständiges Unternehmen, hast aber nicht den gewünschten Unternehmenserfolg? Mit unserem Buch Company for you and me Schritt für Schritt ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen zeigen wir dir im Detail, wie du effizient und kostenschonend ein erfolgreiches Unternehmen aufbaust. Dank des ganzheitlichen 360-Grad-Konzepts kannst du darin an genau dem Punkt einsteigen, an dem du dich beim Aufbau oder Weiterentwickeln deines Unternehmens gerade befindest. Statt nur grauer Theorie bekommst du detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, mit denen du sofort loslegen kannst, erfolgsentscheidende Strukturen, Prozesse und Inhalte in deinem Unternehmen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Unser Buch wird dir als langfristiger Wegbegleiter dienen und dich in all deinen Unternehmensetappen begleiten und dir die richtigen Lösungsoptionen aufzeigen. Also, worauf wartest du noch? Hol dir jetzt unser Buch und starte noch heute damit, Schritt für Schritt ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss-ellen. Bis zum nächsten Mal.